aus dem ort sozusagen und hat auch nicht mehr das gibt es doch gar nicht hier was mache ich denn da wieso nehme ich das nicht mit und nun barry von pair mit der wahnsinn chance hier durchzusetzen 79 wann er es tut werden wir euch gleich sagen er hatte eben diese zwei matchdarts du hast es gesagt 4-2 führung kriegt er jetzt noch mal die möglichkeit für die runde der besten 16 barry von pair dramatisch dramatisch er ist knapp weg top solle sein zum match das ist alles wieder ganz von vorn ist das schlimm ist das schwierig ist das stressig der arme hund der arme hund jetzt ist er wieder in dieser situation mit seinem ersten tag ohne zielen einfach los lassen und er kann nicht gucken drama mal wieder drama in der civic hall von wolverhampton barry von pair matchstart für tops komm junge mache ich sage jetzt mache ich glaube er haut ihn rein das ist ihr in 1985 on the left and today on the right just watch how quickly you release this first arrow we've timed it we think you're about almost a second and a half slower there it's gone the first time in 1985 87 it goes up yeah that's right yeah that's right yeah dot i to so 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 Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Und das ist ein fantastisches Dart. Kannst folgen es. 80-Ranking-Title-Winne. Auf der Live-Stream. Er ist sicherlich, dass er hat Talent. Fernand. 140 würde es fantastisch für Billy Holmes. At dieser Punkt in der Match. Just rocking on the ocke a little bit. Sticken tension. And he went. But we are now at a stage of the game where Webster cannot afford to lose this with the throw. He's starting to get frustrated as well. You can see it in the body language. Has he gone, John? Has he gone? Well, he just can't keep himself still, and he's bothering him. He's not doing anything for his concentration, let alone is bothering him. So Adrian is actually probably okay, fine with what's going on, because it's a more adversely affecting Mark. Yeah, he's got to be ruthless here. You want to beat your opponent, playing their best. Still, this is Scrappy. He's used nine darts already, Adrian. As long as he can put away the seal the victory, he'll be happy enough to get off that stage. He's had enough of the first round. As long as there's... Adrian Lewis has missed 13 darts at double in this match. Well, if Mark had even had a single out of that, dropped out of the treble dart. So that's coming out. Vielen Dank.